Lieber 51s Engdorfer alias Tanju, yeah. Ist ja klar, ist klar, ist normal, ist normal, ist loyal, ist loyal. Mich ärgere dich nicht? Wer ärgert sich? Die 51er Zahl irgendwie so provozieren wollen, alter, über meinen Namen, alter, irgendwie eine Reklame zu machen über 51 Zahl? Das geht gar nicht, das ist der größte Verrat, meine übersatten Fenster draußen, das funktioniert nicht, weil, passt auf, 51 steht auf meiner Brust geschrieben, jetzt wisst ihr ganz genau, lasst euch nicht verarschen, von diesen zwei Echole-Checks, ja, und gehören uns, ja, weil es geht los, wir sind die Schlausten, ja, schon die Grüße haben meine ganzen waschechten Palm 51s Fans aus der ganzen Welt, eh, so, haben wir immer auf dem Goldsaal, nur, die Waren kommen ins Garten, nicht diese Paredas, so, peace.